Gut, jetzt der Grundschritt ist, wie gesagt, Diss, schau, 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 schau. Seit geht's, vor, seit, zurück, und seit. Vor, seit, schnell, schnell, und Pause. Schnell, schnell, und Pause. Ja, direkt beweis, vor, seit, seit, Direkt. Jetzt kannst du dran rücken und dran fahren. Jetzt gehen wir das Garten. Du siehst du, okay? Ja, du kannst dran rücken. Du kannst dran fahren. Genau. Geh! Ne? Wo ist das? Nein. Du kannst nicht mehr. Also, du kannst ganz sicher sein.